Unsere Kunden haben einen klaren Vorteil von unserer Fokussierung auf Cloud Infrastructure. Damit meinen wir insbesondere Hyper-Converged Infrastructure, um private Clouds, private Clouds im eigenen Rechenzentrum zu hosten, mit einer hohen Standardisierung und Einbau von Workflows. Und zum Zweiten mit der Cloud Data Services unterstützen wir die Kunden, die die Public Cloud als Teil ihres Sourcings nutzen wollen. Wir arbeiten dort mit einer AWS, mit einer Azure und mit einer Google Cloud Plattform zusammen. Multicloud ist definitiv das Ziel, weil ich damit das Beste aus den verschiedenen Clouds bekommen kann. Und Multicloud inkludiert ja explizit auch die Private Cloud. Das heißt, wenn ich Multicloud einsetzen kann, kann ich über APIs, Cloud-Ressourcen On-Prem oder in der Public Cloud orchestrieren. Sind alle darauf vorbereitet? Definitiv nicht. Eine der Kernaufgaben jetzt in der IT ist es, die Prozesse und die Workflows vorzusehen, um diese neue Sourcing-Strategie umzusetzen. Es ist technologisch, aber es sind natürlich auch kaufmännische Themen, die man beachten muss. Habe ich die richtigen Verträge, um dieses Consumption-Modell zwischen On-Prem und der Public Cloud umsetzen zu können? Ja, im besten Fall das Thema Know-how. Im besten Fall ist es natürlich so, dass die IT sich mit Spezialisten eine Plattform baut, die dann am Ende des Tages für die Nutzer der IT im Unternehmen diese Services über einen Katalog zur Verfügung stellt. So, dass eigentlich der Endanwender nicht diese Komplexität sieht, sondern einfach auswählt. Und dann läuft es entweder in der Private Cloud, weil es erforderlich ist für die Daten oder den Service, oder es läuft in einer der Public Clouds. Und die IT macht im Endeffekt dieses Brokerage von Cloud Services. Das heißt, eine Aufgabenverteilung, die hoffentlich dann zu einer Vereinfachung für die Mitarbeiter und für die einzelnen Abteilungen führt. Das ist schwierig zu beantworten, was sind die großen Trends in der Cloud, weil es viele gibt und die auch teilweise überlagert sind. Wenn ich einen rauspicken darf, der wirklich super relevant ist, dann ist es tatsächlich die ganze Thematik Microservices, Container. Und warum ich das sage, ist, dass wenn neue Software entwickelt wird, dann muss die Multicloud fähig sein per Design. Und um das zu erreichen, baue ich die gleich mit Kubernetes, mit Docker, mit Containern, sodass die dann einfach, sehr einfach über APIs deployed werden können in den Public Clouds oder in der Private Cloud. Und das ist eins der Themen, auf das sich NetApp spezialisiert. Auch durch Akquisitionen, die wir kürzlich erst getätigt haben, sind wir extrem stark in diesem ganzen Thema Kubernetes Orchestrierung, um genau für diesen Zukunftstrend in der Cloud gerüstet zu sein. Bis zum nächsten Mal.